Hallo Freunde und Freundinnen, stellt euch mal vor, guck mal was ich noch anhand. Ja, oh wie schön hat meine Frau Linchen gesagt, ach ist der so süß da drin, so ein Schwachsinn. Das ist ein Gewinn, ein Gewinn hat auch meine Frau Linchen gemacht bei die Fresse-Satz. Ja, stell dir vor, und die findet das ganz toll, die sagt, oh ist das so schön. Rosa, du, rosa, klinge mir an, ich bin ein Bub. Mano, da kriege ich doch kein Rosa an, höchstens blau, oder dunkellila, oder dunkelgrün, aber nicht rosa. Boah, ihr macht mich lächerlich. Ja, die Emil ist schon an mir vorbei, dann hat sie gesagt, ha ha ha, sie tut sie dümm, aber witzig aus. Die haben gesagt, die schien witzig aus, die tut mich veräppeln. Oh Mann, oh, und das alles nur, weil Krause ein bisschen nass ist und ich rennen rum bin. Und weil Frau Linchen dann gesagt hat, oh das machen wir, aber probieren wir gleich aus. Was willst du noch probieren, es ist wie ein normales Handtuch. Ah, boah, machen die ein Kerz mit mir. Okay, Freunde, ich muss jetzt gucken, dass ich das Ding wieder ausdrehe. Na, bis dann. Tschüss, euer Muggli in rosa mit die weiße Socke.